So, hier sehen wir Tennis-Outlet, das Geschäft hier aus Neutörfel und die sind da fleißig am auspacken von den ganzen Schlägern. Da haben wir den Walter Schandl, ein ehemaliger Tennis-Profi. Doppel, hat der glaube ich sogar einen Ranking um die 1000 im Computer. Und jetzt sieht man den öfters oder mehrmals in der Therme oder in der Sauna. Dort hält er sich jetzt vornehmlich auf. So schaut das aus mit Tennis-Outlet. Ziemlich viel Bälle, da muss man ganz langsam mit dem Handy schwenken, sonst haben wir ein ganz unruhiges Bild. So, das geht dann weiter. Der ganze Stand hier beim Davis Cup in der Arena Nova. Okay, das war's wieder mal. Ich fand das ist schlecht.